Harn ist der griechische Hirtengott und den muss man sich wie eine Mischung aus Mensch und Ziegenbock vorstellen. Anstelle der Füße hat er Ufe. Er hat Hörner und ist am ganzen Körper furchtbar behauptet. Der Flussgott. Die fliegende Ziege. Und er ist ein wandelndes Ziege ins Schiff. Die fliegende Ziege. Und als kam, ankam, völlig außer Atem und sie in die Arme bezieht. Hier oben sind wir so aus. Das ist in der Mitte, weil es so schön wie lange weiche Farbe ist. Das ist die bulgarische Schrauben oder Langschrauben oder irgendwas. Schrauben kann eine Langhaar ziehen. Ist das Almöl oder Altöl? Alm-Almöl. Ja, weil der ist ja auf der Alm. Naja, ist auch in den Alpen. Danke. Schön. Oh, jetzt reicht es dir, oder? Dankeschön. Jetzt wollen wir das wieder ein. Eißig. Aufgeräumt letztes Mal. Das könnt ihr auch erzählen. Sehr schön. Danke dir. Riemaleck. Gut gemacht. Gut. Dankeschön. Ja, gerne. Schau. 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 Schau.